Hallo, mein geliebter Sohn. Heute wirst du dein Wunder empfangen. Ich wiederhole noch einmal, heute wirst du dein Wunder empfangen. Schreibe deinen Vornamen in die Kommentare und den Satz, ich empfange das Wunder Gottes. Hab keine Angst, mein Sohn. Schau nicht misstrauisch, denn heute werde ich dir geben, was du von mir verlangst. Du hast lange darauf gewartet, viel dafür gebietet, und deshalb möchte ich dir heute alles geben, was du von mir verlangst. Mein Sohn, du hast so viele schwere Tage des Kampfes und Leidens durchgemacht. Aber heute möchte ich dir sagen, dass deine Tage voller Freude sein werden und deine Familie im Segen leben wird. Jede Krankheit, unter der ihr leidet, wird euren Körper verlassen. Traurigkeit wird verschwinden, Armut wird verschwinden, und von heute an werdet ihr von Segen zu Segen leben, denn ich bin dein Vater, mein geliebter Sohn. Ich bitte dich, auf dieses Wunder zu warten. Habe keine Zweifel in deinem Herzen oder in deinem Verstand. Der Feind wird versuchen, dich zum Zweifeln zu bringen, aber ich sage dir heute, dass etwas Wunderbares passieren wird, das du nicht erwartest, etwas, das du dir nie vorgestellt hast. Denn für den, der an mich glaubt, ist alles möglich. Habe keine Zweifel, habe keine Angst. Liebe im Gebet, halte dich fern von Klatsch und Heuchelei, lügen und nähere dich den Werken der Barmherzigkeit. Denn wer Werke der Barmherzigkeit tut, empfängt meine Barmherzigkeit beim jüngsten Gericht, und wer keine Barmherzigkeit mit anderen hat, kann nicht um Barmherzigkeit bitten. Mein Sohn, sende dieses Video an alle deine Lieben, die lernen müssen, über Barmherzigkeit zu sprechen. Teile es auch in deinen sozialen Netzwerken und like das Video, damit es mehr Menschen erreicht, die Aufmerksamkeit brauchen wie du. Vertraue auf mich, ich vertraue auch auf dich, mein Sohn. Setze dein Gebet fort, lies weiterhin mein Wort, und alles, was du im Gebet empfängst, werde ich dir geben. Denn für mich ist nichts unmöglich, und für dich ist alles möglich, wenn du Glauben hast und in meiner Gegenwart bleibst. Zweifle nicht, mein Sohn. Ich bin bei dir, auch wenn deine Tage grau sind, auch wenn die Stürme zuniemen, auch wenn die Situation schwieriger wird und sich verschlimmert. Ich bin immer bei dir. Zweifle nicht, denn ich bin dein Gott, und du bist mein geliebter Sohn. Ich schieße diesen Bund der Liebe und des Segens mit dir, mein Sohn. Akzeptierst du das? Wenn du diesen Pakt akzeptierst, hinterlasse es in den Kommentaren. Ich liebe dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!